Willkommen zu einem neuen Letzten. Das ist doch mein Kanal. Leute, spielen wir The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Das ist dann The Binding of Isaac Rebirth mit den DLCs Afterbirth und Afterbirth Plus. Es ist sehr schwer und wir machen einfach mal den Daily Run, falls das gehen sollte. Ja, es geht gut. Daily Run machen wir einfach mal. Einfach nur um zu zeigen, es gibt halt Daily Runs, es gibt auch Challenges. Und es ist halt, ich weiß gar nicht, wie sich diese Dinger nennen, kriegen wir ein Auge. Ich habe das Spiel aber selber noch nicht sehr viel gespielt, muss ich sagen. Aber wir müssen auf jeden Fall hier mit unseren Tränen Monster töten. Ich habe ihn eingefroren, okay. Wir haben den Beton geschafft. Der Batterie. Oh, wir haben schon gar keine Auge, das hat uns ein Auge gegeben. Oh, okay. Okay, wir trinken uns mal auf. Wir haben da keine Bomben, nee. Schade. Oh, jetzt ein Portal. Portale sind relativ gemein. Aber die wurden auch inzwischen gepatcht, muss man zum Glück sagen. Und man darf sich halt nicht treffen lassen. Ich habe oben, äh, links. Äh, aua. Scheiße. Ah, ich habe eine Lebensanzeige, habe ich gerade ein halbes Herz verloren. Das ist mir nur ein halbes Herz. Ah, ein Schlüssel. Äh, den würde ich gerne benutzen. Darf ich sogar noch? Ne, hier war es nicht. Hier war der Raum, genau. Ach, hier war nur ein Shop. Wir haben leider kein Geld. Wir kriegen auch kein Geld. Toll. Was ist der eigentlich in rot geschrieben, frage ich mich? Tja, schade. Hat sich nicht gelohnt. Na gut, weiter geht's. Äh, ja, ich versuche einfach mal so weit zu kommen, wie möglich. Ich bin nicht besonders gut in dem Game, muss ich sagen. Wie ich habe ja, ich habe ja erstmal angefangen, nur. Von daher soll mir das, glaube ich, verziehen. Na, komm raus. Oh, wir kriegen ein Geldstück. Nice. Wir sind schon beim Boss. Wow. Naja. Ich habe einen Schlüssel verschwindet. Oh, also zwei Geldstücke. Da können wir immer noch einen Zwing kaufen. Vielleicht kriegen wir beim Boss Geldstück. Oh, Little Horn. Oh, je. Ich glaube, ich werde jetzt schon direkt sterben. Wenn Little Horn ist, ist ganz schön fies, wie ich finde. So, jetzt muss ich auch diesen Ball zerstören, damit ich überlebenschocksen habe. Aber, also nicht. Aber er macht auch gar nichts. Aua. Ja. Ja, das ist jetzt diese Scheiße. Okay, okay. Jetzt fängt er hier rum zu tänzeln. Jetzt wird er sterben. Soll ich ganz im Loch Schaden machen? Interessant. Ja, ich habe noch ein halbes Leben. Sehr schön. Oh, je, je, je. Aber ich habe schon einen Run angefangen gehabt. Ja, ich bin ab nach keinem einzigen Run geschafft, bin ich ehrlich. Ja, ich bin auch erst am Anfang. Und ich habe hier schon mal was angefangen gehabt. Ich habe hier schon ein paar Räume gehabt. Ich habe hier was gefunden gehabt. Ja, ich will einfach den Run weiter, weil ich den hatte ich gerade halt angefangen gehabt. Der sieht, glaube ich, ein bisschen besser aus. Aber auch noch zwei Räume. Vielleicht braucht ich dafür Schlüssel oder so. Na, da kriege ich nicht hin. Oh, hier komme ich nicht hin. Hier komme ich nicht hin. Okay. Hier müsste ich ein Herzopfer und vielmehr da reinzukommen. Das lassen wir mal. Da ist ein böses Feuer. Das könnte auf uns schießen, theoretisch. Aber es hat einfach den Felsen eingeschlossen. Alter, ach du Scheiße. Ich werde hier das Feuer wegmachen. Jetzt ist mal die Dicken hier töten. Stirb bitte. Danke. Äh, warum brennt jetzt da irgendwie ein Feuer? Wo, 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 stirb, 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 stirb. Wow, das ist so knapp. Da seht ihr da. Das Feuer schießt mich auf mich. Und das ist böse. So, wir machen jetzt mal hier alles kaputt. So, gegen eine Münze. Eine Batterie, wir haben aber gar kein Item dafür. Ach du Kacke, ach du Kacke. Hilfe. Ganz viele Isaacs wollen mich. Stirb, Hilfe. Ah, dieses blöde Feuer, ey. Ja, wie gesagt, ich bin da, das ist aber eigentlich auch noch Anfänger-Modus, glaube ich, ne. Okay, das zwei sind nicht gestorben. Blödes Feuer, hoffen mich zu schießen. So, weiter geht's. Wieder ein paar Hülsen hier. Machen wir das Feuer hier aus. Aber weil es keiner gut ist, es gibt manchmal halt Items. In den meisten Fällen halt irgendwie ein Schlüssel oder Geldminze oder sowas. Da erwartet ihr kein unglaublich Isaac-Let's-Play von mir, beziehungsweise Let's-Test, weil ich dachte, ich habe gerade selber erst angefangen. Ich bin also noch relativ new big in dem Game. Ich habe eine Bombe, ich habe eine Bombe. Wie kann ich Bomben einsetzen? So, nochmal, okay. Oh, oh, oh. Boah, ich dachte schon sterbe. Gut, wir haben jetzt einen Schlüssel. Was war denn hier oben? Oh, hier ist auch noch eine Tor gespawnt. Oh, cool. Oh, wir kriegen so ein bisschen Geld. Ist hier vielleicht ein anderfarbener Stein? Nee, ich denke mal nicht, aber komm, wir gehen einfach jetzt hier rein. So, wir könnten uns hier vielleicht noch eine Münze kaufen. Wir kriegen vielleicht noch eine Münze. Die kann ich glaube ich sprengen, oder? Aber, das bringt mir nix, schade. Ich hätte kein anderes Item da gehabt. Ich hoffe, ich kann mir aber irgendwann noch ein bisschen Geld her. Die habe ich über die Batterien noch liegen gelassen. Die kann man da, denke ich auch. Die können wir leider nicht weg. Sie sind noch kein unterfarbener Herz. Das können wir aber gebrauchen. So, nehmen wir das mit. Schön, da hat immer noch einen Schlüssel, hätten wir noch reingekonnt. Ah, schade. Na gut, können wir leider nix kaufen. Leider nicht. Was ich aber machen könnte, ist, ich zahle einfach mein Geld mal ein, falls wir sterben. Ich gebe mir oft nochmal sicher. Hier, zack, zack. Aber eine Bombe kaufe ich mir. Oh, es ist schon kaputt. Nice. Dann gucken wir uns das noch. Boah, jetzt können wir nix machen. So, gehen wir mal in den Busraum. Oh, noch den auch, die Scheiße. Na, schade. Oh, wir haben ihn besiegt. Ich dachte schon, einfach nur in diesem kleinen Raum. Aber hey. Was ist das hier? Damage und Range Up. Oh, das ist schön. So, weiter geht's. In die nächste Ebene. Ich weiß schon, die Ebene 2. Oh, stimmt ja. Gucken wir uns nachdem das Ding hier an. Okay. So, wir sind in einem Wasserlevel. Okay. Und da haben wir ganz viel für diesen Würmern. Ah, ich hasse euch. Ich hasse diese Viecher so sehr. Wow, 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 wow. Das ist gespürst in Ruhe. Na, aber ich glaube, meine Skills verbessern sich so langsam in diesem Spiel, hoffentlich. Hoffentlich tun sie das wirklich. Wollen wir jetzt alle? Und da ist noch einer. Und ich muss mich auch noch treffen. Wow. Einen, schön wieder. Fuck. Ah, Mist. Ich hab mich zweimal treffen lassen. Das ist nicht so nice. Oh, was bist du denn für die Vieh Hilfe? Das sind auch mehrere von den Viechern auch. Die Scherz sind. Kannst du bitte sterben? Tut mir nicht weh. Okay. Wow. Das war ganz schön sehr aggro. Wow, 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 wow. Nein, wow. Ich dachte, ich darf mich treffen. Ich dachte, ich darf auf das Ohm, ey. Oh, der lässt Maden drucken, alles klar. Na, ich stirb die Maden. Ich hasse sie mal. Die haben so viel Leben irgendwie. Wow, wow, wow. Ich dachte schon, der hat mich. Nein, hier kriegt er mich nicht. Nein, hier kriegt er mich nicht. Uah, kack, ey. Uah, genau, die können mich. Boah, die explodieren auch noch. Ihr unfair. Stirb. Der pupst einfach nur rum. Da ist noch so einer, der rumpupst. Haben wir alle. Oh, haben wir alle besiegt. Juhu. Gehen wir mal hier rein. Noch mal ganz viele Kackhäufchen. Okay, aber hier sollten wir eigentlich keine Gefase darstellen. Das ist kein richtiger. Vielleicht schon vor allem, wenn ich jetzt hier unten bleibe, kann ich mich gar nicht treffen. Aber wir kommen leider auch nicht dahin. So ein Scheiß. Haben wir einen Schlüssel. Dann haben wir auch keinen Schlüssel. In den Goldraum kommen wir also auch nicht. Gehen wir mal hier oben lang. Da hätte ich hier noch reingekonnt. In den großen Raum. Hätte ich tatsächlich auch gegen meinen großen Raum. Oh, was seid ihr denn für Viecher? Sieht aber nicht so nett aus. Könntet ihr bitte sterben? Okay, sollt ihr irgendwie Kackhaufen? Oh, ihr regeneriert euch. Ach, die Scheiße. Okay. Wir haben uns besiegt. Juhu. Jetzt denke ich, hier noch ein boner Item gibt. Stimmt, haben wir in der anderen Raum eigentlich das Item aufbogen? Ich glaube nicht. Mega, gehen wir hier rein. So, jede Menge von diesen. Und da ist eine. Wow. Eine Fake-Bombe. Eine Fake-Bombe, sage ich schon. Eine böse Bombe gewesen. Na, stirbst du noch? Jawohl, stirbst du noch? Ja, das ist doch noch wunderbar. Fänden ist aber noch eins. Und das ist ein Herr. Hat sich schon fliegen können. Leider kann ich nicht fliegen. Und natürlich stoppt in der Mitte auch noch dieses Item. Oder kann man doch vielleicht hier hin? Ne. Wir müssten fliegen können. Können wir aber nicht. Ah ja, wir haben den Bossraum schon mal gefunden. Sehr schön. Nein, nein, nein. Ach, Mist. Wow. Ihr Scheißviecher. Stirbt einfach. Stirb, 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 stirb. Kannst du bitte sterben? Der fette Fledermaus, der irgendwie nix macht. Lass mich mal näher kommen, weil ich kann ganz schnell weglaufen. Ich hätte aber dafür sehr viel Leben. Äh, wo willst du hin, Fledermaus? Okay. Gut. Ne, was rum gehen wir noch nicht? Ne, ist mir hier, ne? Oh, na toll. Was bist du denn für einer? Wow, du bist ganz schön schnell unterwegs. Du bist jetzt nicht auszureichen die ganze Zeit, wie es scheint. Okay, jetzt hast du weggedacht, hä? Wow. Okay, du Speedy-Panzer ist auch Speed. Aber wir kriegen nicht, hoffentlich, ja. Oh, ein Herzchen. Und eine Pille. Lemon Party, oh, cool. Lemon Party, weil dieser gelbe Boden, den wir gemacht haben. Warte, hier muss da jetzt eigentlich noch ein Item sein, oder? Ne, gleich, weil ich hier in dem unteren Raum, stimmt ja. Also, hier auch nicht. Hier in dem Raum, muss da ja noch ein Item sein für uns. Ich mich jetzt nicht vertue, oder? Oder auch nicht. Okay, gut, dann halt nicht. So, hier brauche ich nur einen Schlüssel. Könnten wir an die große Kiste haben, aber keinen Schlüssel. Wow. Und bei mir kein Schlüssel, oh, cool. Ja gut, hat sich das ja auch erledigt. Ohne Schlüssel können wir da nichts machen. So. So, ganz viele von denen hier. Aua. Das ist wahrscheinlich mein Tod hier. Weil ich hasse diese Fische. So unendlich. Was hat mich noch getroffen? Aua, aua, aua. Stirb doch bitte endlich dann. Und da. Ist er, kein, das ist mein Tod. Scheiße. Ah. Ja gut, das war The Binding of Isaac. Ihr habt mal den No-Skills gesehen. Ich bin wieder nicht der beste Spieler. Ich bin noch in der Anfangsphase. Aber sollte ich in diesem Spiel wirklich mal gut sein, also wirklich mal auch Rons schaffen und so weiter. Dann wäre es vielleicht auch mal Streamen oder noch mal das Let's Play bringen oder so. Mal schauen. Oder wie so an einem Sonntag oder so. Mal schauen. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Let's test natürlich nicht bei sich auf Isaac. Weint nicht zu viel. Haut rein. Ciao, ciao.